Musik zum Sommeranfang. Die 19. Fettdeller Musik geht mit 105 Bühnenstandorten an den Start. Der Importschlag aus Frankreich ermuntert Laien und Profimusiker aller Stilrichtung alljährlich am 21. Juni zu den Instrumenten zu greifen und bei freiem Eintritt und ohne Gage in alle Öffentlichkeit Musik zu machen. Dank der Ausnahmezulassung für Straßenmusik kann an diesem Tag in der Zeit von 16 bis 22 Uhr in ganz Berlin auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen ohne Strom und Verstärker musiziert werden.